Kennt ihr auch die kleinen Tütchen mit der Aufschrift Do Not Eat, die häufig in Verpackungen von schonen Handtaschen oder Elektronikartikeln zu finden sind? Das sind Silikatbeutel, die dazu dienen, Feuchtigkeit zu absorbieren und so die Produkte zu schützen. Da auf der Außenseite der Tütchen meistens zusätzlich Throw Away, also Wegwerfen steht, landen die Beutel schnell im Müll. Dabei ist ungefärbtes Kieselgel unbedenklich und kann ruhig noch eine Zeit aufbewahrt werden. Denn im Alltag können die kleinen Tütchen richtig hilfreich sein. 1. Zum Schuhe trocknen. Ihr seid in eine Pfütze getreten oder habt ein schweißtreibendes Workout hinter euch? Legt über Nacht so viele Syndikatbeutel wie möglich in eure Schuhe. Sie absorbieren schonend die Feuchtigkeit, damit das Schuhwerk schnell wieder trocken ist. 2. Um Werkzeug vor Rost zu schützen. Werkzeuge aus Eisen oder Stahl neigen dazu, in feuchten Umgebungen wie Garagen und Kellern Rost anzusetzen. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr ein paar Silikatbeutel in die Werkzeugkiste oder die Schublade legen. 3. Unangenehme Gerüche binden. Auch wenn es in der Sporttasche anfängt, muffig zu riechen, können die kleinen Beutel helfen. Sie sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit von der verschwitzten Sportkleidung nicht bzw. weniger schnell in die Tasche einzieht.